Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen die besten E-Scooter für Erwachsene vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Als jemand, der schon viele E-Scooter getestet hat, war ich besonders gespannt auf den NEU KYI1 Pro, der für seine hochwertige Verarbeitung und innovative Technologie bekannt ist. Das erste, was auffällt, ist die bemerkenswerte Reichweite von bis zu 25 Kilometern, unterstützt durch einen 30% größeren Akku im Vergleich zu ähnlichen Modellen. Die Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometer pro Stunde macht ihn zu einem idealen Begleiter für schnelle Stadtfahrten. Ein Nachteil könnte sein, dass dieser Scooter trotz seiner robusten Bauweise und der guten Akkuleistung für längere oder anspruchsvollere Strecken weniger geeignet ist. Mit einer Motorleistung von 250 Watt und einer Maximalleistung von 450 Watt ist er im Vergleich zu einigen Konkurrenzprodukten, die stärkere Motoren bieten, möglicherweise nicht die erste Wahl für alle Nutzer. Ein herausragendes Merkmal dieses Geräts ist sein patentierter Klappmechanismus, der den Transport und die Lagerung des Scooters erheblich erleichtert. Dies unterscheidet ihn von anderen Modellen auf dem Markt, die oft komplizierte oder zeitaufwendige Faltmechanismen haben. Zudem bietet der Scooter eine ausgezeichnete Stoßdämpfung durch die 9,0 Zoll großen Luftreifen und ein doppeltes Bremssystem, was die Sicherheit und den Fahrkomfort erhöht. Zusammenfassend ist dieses Modell besonders für diejenigen geeignet, die Wert auf Design, Komfort und innovative Technologie legen. Seine Stärken liegen in der einfachen Handhabung, der hohen Reichweite und der guten Fahrstabilität. Für kurze bis mittlere Strecken in der Stadt ist er eine hervorragende Wahl. Wer jedoch regelmäßig längere Distanzen zurücklegt oder eine höhere Motorleistung bevorzugt, sollte eventuell auch Alternativen in Betracht ziehen. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezessionen lesen? Verschwenden Sie nicht ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Als ich den Ninebot F2 Plus D von Segway zum ersten Mal ausprobierte, war ich von der Kombination aus Leistung und praktischen Funktionen sofort beeindruckt. Die Reichweite von bis zu 55 Kilometern und die Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometer pro Stunde machen ihn zum perfekten Begleiter für längere Stadtfahrten oder entspannte Touren am Wochenende. Besonders hervorzuheben sind die 10 Zoll großen, selbst heilenden, tubeless Pneumatik-Reifen, die selbst auf holprigen Straßen für ein sanftes Fahrerlebnis sorgen. Trotz seiner vielen Vorteile gibt es auch ein paar Nachteile, die mir aufgefallen sind. Zum Beispiel könnte die Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometer pro Stunde für einige Nutzer, die auf der Suche nach einem besonders schnellen E-Scooter sind, etwas zu begrenzt sein. Außerdem ist die Lernkurve für die Nutzung aller intelligenten Funktion anfangs vielleicht etwas steil. Im Vergleich zu ähnlichen Modellen auf dem Markt sticht dieses Gerät durch seine hohe Reichweite und die robuste Bauweise hervor. Das duale Bremssystem kombiniert mit dem Anti-Rutsch-Traktionskontrollsystem bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Kontrolle, was nicht bei allen E-Scootern der Fall ist. Abschließend lässt sich sagen, dass dieses Modell ideal für Pendler und Freizeitfahrer ist, die Wert auf Sicherheit, Komfort und eine große Reichweite legen. Die Kombination aus leistungsstarkem Motor, langer Akkulaufzeit und benutzerfreundlichen Funktion macht ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für alle, die ihre Mobilität in der Stadt verbessern möchten. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Beim Auspacken des Xiaomi 4 war das erste, was mir auffiel, die beeindruckende Verarbeitungsqualität. Mit seinem robusten Aluminiumrahmen und den 10 Zoll schlauchlosen Reifen, die für eine verbesserte Stoßdämpfung sorgen, macht der Scooter sofort einen soliden Eindruck. Die Reichweite von bis zu 35 Kilometern und die Maximalgeschwindigkeit von 20 Kilometer pro Stunde sind für den städtischen Pendlerverkehr mehr als ausreichend. Der leistungsstarke 600 Watt Motor ermöglicht es dem Scooter, Steigungen von bis zu 16% zu bewältigen, was in der Stadt sehr praktisch sein kann. Trotz aller positiven Aspekte gibt es ein paar Punkte, die man beachten sollte. Die maximale Steigung von 16% könnte für einige hügelige Gebiete gerade so ausreichend sein und die maximale Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde liegt im mittleren Bereich dessen, was aktuelle E-Scooter bieten. Im Vergleich zu ähnlichen Modellen auf dem Markt bietet dieses Gerät jedoch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Kombination aus Zuverlässigkeit, Reichweite und Leistung, gepaart mit intelligenten Funktionen wie dem Sechs-Achsen-Gyroskop-Sensor für zusätzliche Sicherheit und einem umfassenden Akkuschutzsystem, setzt ihn von vielen Konkurrenten ab. Kurz gesagt, dieses Modell ist ein ausgezeichneter Scooter für all jene, die einen zuverlässigen und leistungsfähigen Begleiter für den täglichen Gebrauch suchen. Seine Robustheit und die intelligente Ausstattung machen ihn zu einer idealen Wahl für Stadtbewohner und Pendler. Als ich den Xiaomi 4 Ultra BHR 5764GL das erste Mal unter die Lupe nahm, war ich sofort von seiner robusten Konstruktion und den fortschrittlichen Funktionen beeindruckt. Dieser E-Scooter verkörpert eine perfekte Mischung aus Leistung und Komfort, was ihn zu einem idealen Begleiter für die Stadt macht. Mit seiner beeindruckenden Maximalgeschwindigkeit von 25 km pro Stunde und einer Reichweite von bis zu 70 km auf einer einzigen Ladung, bietet er eine bemerkenswerte Kombination aus Effizienz und Ausdauer. Trotz dieser hervorragenden Leistung gibt es ein paar Dinge, die man bedenken sollte. Zum Beispiel könnte das Gewicht von etwa 24,5 kg für einige Nutzer beim Tragen des Scooters eine Herausforderung darstellen. Außerdem, obwohl der Scooter eine maximale Belastung von 120 kg unterstützt, könnte die Breite und Höhe des Lenkers nicht für jede Körpergröße ideal sein. Ein entscheidender Vorteil dieses Modells gegenüber anderen auf dem Markt ist jedoch sein duales Federungssystem, das eine außergewöhnlich reibungslose Fahrt auch auf unebenen Oberflächen ermöglicht. Zusätzlich sorgen die 10 Zoll Xiaomi Duragel-Reifen nicht nur für Komfort, sondern bieten auch eine Selbstreparaturfähigkeit, die die Wahrscheinlichkeit eines Platten erheblich verringert. Insgesamt ist dieses Gerät eine hervorragende Wahl für Personen, die einen zuverlässigen, leistungsstarken E-Scooter für ihre täglichen Fahrten suchen. Er eignet sich besonders für Pendler und Abenteuerlustige, die Wert auf eine lange Batterielebensdauer, robuste Bauweise und überlegene Fahreigenschaften legen. Als ich den VMAX VX2 Pro LTB zum ersten Mal ausprobierte, war ich sofort von seiner Kraft und Robustheit beeindruckt. Dieser E-Scooter kombiniert Leistung und Praktikabilität auf eine Weise, die ihn sofort von anderen Modellen abhebt. Mit einer Reichweite von 35 km und einer beeindruckenden Steigfähigkeit von bis zu 28% ist er der ideale Begleiter für städtische Abenteuer und anspruchsvolle Steigungen. Allerdings ist die Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km pro Stunde ein Punkt, den manche als Einschränkung empfinden könnten, vor allem diejenigen, die nach einem schnelleren Fahrerlebnis suchen. Im Vergleich zu anderen E-Scootern auf dem Markt zeichnet sich dieses Gerät durch seine hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Design aus. Die Kombination aus einem kraftvollen 500 Watt Motor mit über 1200 Watt Spitzenleistung und der Fähigkeit, Steigungen von bis zu 28% mühelos zu meistern, setzt ihn klar von der Konkurrenz ab. Hinzu kommt das helle Blinkersystem, das für zusätzliche Sicherheit bei Richtungswechseln im Straßenverkehr sorgt. Abschließend ist dieses Modell ein exzellenter E-Scooter für diejenigen, die Wert auf Leistung, Sicherheit und Design legen. Er eignet sich perfekt für Pendler und Abenteuerlustige, die eine zuverlässige und kraftvolle Fortbewegungsmöglichkeit suchen. Trotz des relativ hohen Preises bietet er ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Als ich den Ninebot by Segway Max G2D getestet habe, war ich sofort von seiner robusten Bauweise und der hohen Reichweite beeindruckt. Dieser E-Scooter ist nicht nur ein zuverlässiger Begleiter für lange Strecken in der Stadt, sondern bietet dank seines doppelten Federungssystems auch einen außergewöhnlichen Fahrkomfort. Vor allem auf unebenen Straßen macht sich die Kombination aus hydraulischem Dämpfer vorne und Doppelfederung hinten bemerkbar. Trotz seiner vielen Vorteile gibt es auch ein paar Nachteile zu beachten. Dieses Gerät lässt sich nicht mit einer zusätzlichen Batterie aufrüsten, was bei anderen Modellen manchmal möglich ist. Außerdem ist seine Höchstgeschwindigkeit auf 20 km pro Stunde begrenzt, was der deutschen Verkehrsordnung entspricht, aber im Vergleich zu anderen Modellen, die höhere Geschwindigkeiten erreichen können, etwas langsamer ist. Ein wesentlicher Unterschied zu anderen E-Scootern auf dem Markt ist die Ridey-Long-Technologie, die eine beeindruckende Reichweite ermöglicht und die Tatsache, dass der G2D speziell für die deutschen Straßenverhältnisse angepasst wurde. Zudem zeichnet sich dieser E-Scooter durch selbstheilende Reifen und integrierte Blinker für eine erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr aus. Zusammenfassend ist dieses Modell perfekt für dich, wenn du einen langlebigen, komfortablen und für deutsche Verkehrsbedingungen optimierten E-Scooter suchst. Er eignet sich hervorragend für längere Stadtfahrten und bietet dank seiner fortschrittlichen Technologien eine sichere und angenehme Fahrt. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!